Arbeitslos machen, ohne Witz, ihr geht mir auf den Sack mit dieser stumpfen Scheiße und vielleicht hat es auch seine Berechtigung und dann feiere ich es, aber ich brauche was anderes und dann war ich da und was wir gemacht haben, wir haben nicht irgendwie Geld für Alkohol ausgegeben oder waren jetzt irgendwo teuer, irgendeinen Scheiß machen, was mich nicht interessiert. Ich habe vieles schon gesehen und viel Geld für viel Scheiße ausgegeben, wirklich, dieses Leben hat mich so genommen und so richtig gemolken und ich habe Zeit genommen, die ich nicht hergeben wollte, für stupide Drecksjobs und habe das Geld ausgegeben für Scheiße, die ich nicht haben wollte, wo mich Leute hingeschleppt haben, weil, ja, weil es hieß, das ist cool. Und dann am Samstag sind wir einfach nur da gesessen, wir hatten einfach nur Gitarren, Menschen, paar Getränke, ein Raum und es war ein magischer Abend, von vorne bis zum hinten, bis in den Morgengrauen und es hat sich gut angefühlt und ich glaube, hier beende ich dieses Video und ich werde wahrscheinlich weiter Videos machen und demnächst vielleicht auch von Auftritten oder Gigs oder ich habe einen Bandraum und dann zeige ich euch vielleicht ein paar Übungsvideos, nicht Übungsvideos, aber vielleicht nehme ich euch mit auf die Reise, also, wir sehen uns, ciao.